Die Albaner sind ein großes europäisches Volk. Sie können stolz darauf sein, ihren Beitrag zu Europa geleistet zu haben und heute zu leisten. Und ich sage das als ein junger Nachkriegsdeutscher. Wir wissen, was Faschismus ist. 3000 Jahre gibt es die Illyra und Albaner. Das kann nicht in wenigen Jahren vernichtet werden. Manch einer, der jetzt gegen die Albaner polemisiert und hetzt, hat wahrscheinlich noch auf den Bäumen gesessen, als man dort schon schreiben und lesen konnte. Jeder, der den Balkan kennt, weiß, die Frage der Albaner ist eine Schlüsselfrage für den gesamten Balkan. Die Weltgemeinschaft und die zivilisierte Welt ist auf eurer Seite. Das Schicksal hat für Herrn Milosevic und Herrn Karadzic und Vladić etwas anderes vorgesehen, als für euch. Ich muss aus dem Präsidentenpalast rein in den Kriegsverbrechergerichtshof. Land lebe Korsova, land lebe Ibrahim Rogova.